Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Raid Shadow Legends. In Folge 1 natürlich Rhinoshit als Rhinoshit. Ja, Rhinoshit. Wir haben diverse Tests mit dem Handy gemacht. Hier einen kleinen Einblick. Und rauf. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Ist er noch komplett ganz? Ja, mit einer Handyhülle von Rhinoshit, da können Handys doch gar nicht gut gehen. Simsalabim. Hallo. Ich habe versucht, dich zu kontaktieren, um zu verabschieden, um deine Fahrzeuge zu verabschieden. Staffel 1 war nass und hart. Wie in Staffel 1 werden sieben Kandidaten für volle sieben Tage betrunken sein. Bayern-Partei. Biergarten Party-Schenkelein. Viel Corona wurde im Vorfeld in einem Rey-Bar avir-Bar-Bear-B-Arr members an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Das ist der Eingang zum Paradies. Wie stinkt das hier? Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich brauch Hilfe! Schokolade! Schokolade! Halt die Frösse! Ey, denkst du, dass ich taub bin, oder was? Herr Andreas! Hallo! König des Internets, Entertainer Schreihals! Herr Andreas' loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Stopp! Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Ich komm aus der Industrie. Handstand, ein Salto, Vorwärtsschwierigkeit, 3,0 und wird überhaupt nicht fertig mit diesem Sprung. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher Internethater. Hilfe! Hallo! Marcel Davils Unternehmer bei 1&1 Giga Chat Wenn ich nicht schon einen Vater hätte, dann würde ich Marcel nehmen. Die Erwartungen der Community sind hoch. Voll einfach! Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Rainer Rainer mit AI, ganz wichtig. Abenteurer, Skandalnudel, gemein. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Qualität war mir schon immer wichtiger als F***. Wir wissen, ihr wisst einen Scheißdreck über mich. Wer nach sieben Tagen noch übrig ist, ist nach sieben Tagen noch übrig. Seven versus Seven Wiedschen Wiedschen